Happy Birthday zu allen von uns. Gemeinsam haben wir das Projekt Finanzbär auf die nächste Ebene gehoben. Vor einigen Wochen haben wir nämlich die nächste volle Zahl eingetütet und 10.000 Abonnenten überschritten. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die meinen Content gut finden. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Zuschauer meiner Videos. Ein Grundpfeiler, auf dem mein Kanal basiert, ist die Transparenz. Ich finde es wichtig vor allem in der Finanzszene nackte Zahlen zu nennen, egal ob bei den Einnahmen, Ausgaben oder Investments. Nur wenn wir anfangen über das Geld zu sprechen, werden wir in Deutschland eine gute Aktien- und Finanzkultur etablieren können. Heute schauen wir uns also mal die YouTube-Einnahmen an, die mein Channel mittlerweile erzielt. Wie immer gerne einen Like oder Kommentar für den YouTube-Algorithmus dalassen. Abo ist auch immer eine feine Sache. Wer mich für meine Arbeit noch mehr unterstützen will, kann gerne Kanalmitglied oder Patreon werden. Und damit wären wir schon bei der ersten Einnahmequelle eines YouTube-Kanals. Über die sogenannte YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder Patreon-Mitgliedschaft kann man mir nämlich ein paar Euro dalassen, um das ganze Projekt hier etwas zu unterstützen und mir einen Kaffee auszugeben. An dieser Stelle muss ich mich einfach mal bei allen Supportern bedanken. Ich möchte nicht jemand sein, der sagt, dass es exklusive Videos oder Inhalte nur für Kanal- oder Patreon-Mitglieder gibt. Das würde nämlich an der Idee vorbeigehen, die Aktienkultur zu stärken, wenn man erst etwas bezahlen muss und auf bestimmte Inhalte zugreifen zu können. Das heißt im Folgeschluss, alle Ehren-Supporter hier unterstützen mich ohne eine wirkliche Gegenleistung zu erhalten. Davor ziehe ich meinen Hut. Ihr motiviert mich wirklich ungemein auf dieses Projekt hier. Das geht an alle meine Kanalmitglieder, die ich aus Datenschutzgründen verdeckt habe. Und natürlich auch an meine Patreon-Mitglieder. Vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Über Patreon kam in den letzten Monaten im Durchschnitt 17 Euro vor Steuern ein. Die Kanalmitgliedschaften bei YouTube werden in die YouTube-Einnahmen mit eingerechnet. Also schauen wir uns diese doch gleich mal an. Bei YouTube gibt es verschiedene Werbeanzeigen, die an verschiedenen Orten angezeigt werden. Der wohl bekannteste sind die sogenannten überspringbaren Videoanzeigen. Diese kommen ab und zu in den Videos vor, während man sie abspielt und man hat die Möglichkeit nach 5 Sekunden weiter zu klicken. Wie viel ein YouTube-Kanal mit solchen überspringbaren Anzeigen verdienen kann, zeigt die Webseite Social Blade. Die Webseite Social Blade berechnet nämlich eine grobe Abschätzung und hier kann eingesehen werden, welcher YouTuber ungefähr wie viel pro Monat verdient. Laut Social Blade sind es beim Kanal Finanzbär 10 bis 160 Euro im Monat. Es sind tatsächlich aber deutlich mehr. Das liegt an meinem Content, der sich hauptsächlich um Finanzen dreht. Was genau dahinter steckt, sage ich euch jetzt. Der Begriff, der sich etabliert hat, um Angebote zu vergleichen, ist der sogenannte CPM. Dieser sagt aus, wie viel eine Firma, die Werbung auf YouTube schalten will, zahlen muss, um 1000 Zuschauer zu erreichen. Dieser CPM kann von wenigen Cent bis zu 20 Euro pro 1000 Klicks gehen, je nach Nische und Content. Der meiste Content hat aber eine CPM von 2 bis 4 Euro. Das heißt, ein Werbetreibender muss von 2 bis 4 Euro bezahlen, um 1000 Klicks zu bekommen. Wie gesagt, kann dieser Wert aber stark schwanken. Während die Comedy- und Gaming-Kanäle nur 1 bis 3 Euro CPM haben, sind es im Bereich Automobil und Essen-Kochen schon um die 10 Euro im Schnitt. Das heißt, je nach Art der YouTube-Videos erhält man für dieselbe Anzahl an Zuschauern verschiedene Euro-Beträge. Einer der größten deutschen YouTuber ungespielt, sagt, mit einer CPM von 15 Euro ist er bei den Top-Werten weltweit dabei und das ist extrem viel, weil seine Inhalte besonders werbefreundlich sind. Wie sieht es nun in der Finanzszene aus? Die Finanzszene sprengt alle Rahmen. Der CPM ist nämlich enorm hoch. Es geht von 6 bis über 25 Euro. Das heißt, ein Finanz-YouTuber mit 100.000 Abonnenten kann tatsächlich genauso viel verdienen wie ein Gaming-YouTuber mit einer Million Abonnenten. Einfach nur, weil die Unternehmen der Finanzszene dazu bereit sind, wesentlich mehr Geld auszugeben, um 1.000 Zuschauer zu erreichen. Mein CPM liegt hier im Mittelfeld. Im Durchschnitt hat der Kanal Finanzbär eine CPM von 14,55 Euro. Wie viel dann am Ende bei mir hängen bleibt, sagt die RPM aus. Diese liegt bei mir im Schnitt bei 8,51 Euro. Heißt, pro 1.000 Klicks bekomme ich vor Steuern 8,51 Euro. Mit meinen Klicks aus den letzten Monaten aufmultipliziert, sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Im Schnitt kann man sagen, dass der Kanal 400 Euro brutto an Werbeeinnahmen pro Monat einspielt. Wenn wir jetzt noch die Kanalmitgliedschaften und Patreon-Einnahmen dazu rechnen, kommen wir auf folgendes Gesamtergebnis. Was ihr hier seht, ist, dass nicht automatisch Kanalwachstum und Einnahmen in Korrelation stehen. Ich habe im Dezember schon einen ähnlichen Betrag mit ein paar tausend Abonnenten gehabt, wie im April mit fast doppelt so vielen. Als Fazit lässt sich also sagen, die Einnahmen schwanken stark. Im Schnitt macht mein Kanal aber um die 450 Euro brutto pro Monat. So, damit wäre bei 80% der YouTuber slash Finanz-YouTuber, die ihre Einnahmen zeigen, Schluss mit dem Video. Ich finde es immer witzig, wenn man groß anpreist, seine Einnahmen zu zeigen und dann zeigt man schnell die Werbeeinnahmen und verarscht so die Community. Ein großer Anteil der Einnahmen kommt nämlich aus anderen Quellen. Bei mir wird jetzt in diesem Video jeder Cent bis ins letzte Detail gezeigt. Das ist aber auch verständlicherweise eine Schutzreaktion in Deutschland. Es fällt mir nämlich auf, dass solche Videos im Verhältnis stark gedisliked und gehatet werden. Auf der einen Seite will jeder gerne die Zahlen wissen, einfach aus Interesse und wenn man dann aber ein Bild bekommt, vergönnt man nicht. Mir ist das, wie man in Bayern sagt, wurscht. Ich zeige euch jeden Cent. Das ist mir persönlich einfach wichtig. Fast alle ein bisschen größeren Kanäle machen alleine mehrere tausend Euro im Monat für eine einzige Werbekooperation mit einem Broker, einer Kryptobörse oder ähnlichem. Nur mal als Vergleich. Ich bekomme jetzt schon Anfragen von 800 bis 2000 Euro für einen 30-sekündigen Clip am Anfang des Videos, wo ich einen Broker vorstellen soll. Das sind dann die typischen Social Trading Plattformen, Neo Broker mit fragwürdigen Firmensitzen oder irgendwelche halbscherlerten Kryptobörsen. Ich finde es immer witzig, wenn ich so eine Anfrage bekomme und zwei Wochen später stellen auf einmal 50% der Kanäle genau diese Plattformen vor. Von mir gibt es so einen Mist nicht. Ich nutze die langweiligen Klassikerprodukte, die eh schon jeder kennt und bewerbe nicht jeden Schmutz. Deswegen gibt es hier 0 Euro Einnahmen von meiner Seite aus dieser Quelle. Die nächste Quelle sind die Affiliate-Einnahmen. Affiliate bedeutet, wenn jemand auf meinen Link klickt und dann einen Account aufmacht oder ein Produkt erwirbt. Dann bekomme ich eine kleine Provision. Da ist zum Beispiel eine Consusbank, Entret Republic oder Bondora dabei. Aber auch so etwas wie Smartsteuer. Apropos Steuer. Ich hoffe, ihr habt alle schon brav eure Steuer gemacht. Ich habe meine letzte Woche fertig gemacht. Hier bitte nicht denken, es lohnt sich nicht. Mit einem Tool wie zum Beispiel Smartsteuer braucht man zu 99% keinen eigenen Steuerberater und kann sich einiges zurückholen. Nur mal so am Rande erwähnt. Von diesen Affiliate-Einnahmen kommen mal mehr und auch mal weniger rein. Allgemein ist die Finanzbank-Community eher schon tiefer in der Materie Finanzen drin. Wer sich für spannende Aktien interessiert und auf meinem Kanal vorbeischaut, wird im Zweifel schon ein Depot haben und wissen, was eine Aktie ist. Ich kenne Finanzinfluenzen, die ähnlich groß sind wie ich und über diese Links alleine 2.000 bis 3.000 Euro pro Monat machen. Einfach, weil es eine andere Zielgruppe ist. Bei mir sind das im Internet in den letzten Monaten 200 bis 300 Euro gewesen. In Summe, wenn wir also oben die Werbeeinnahmen und unten die Affiliate-Links nehmen, kommen wir auf die letzte Zeile ganz unten. Diese zeigt die Brutto-Gesamteinnahmen aus dem Finanzbank-Kanal aus all seinen Quellen. So, jetzt wisst ihr es. Wirklich eine große Summe. Wobei ich trotzdem noch mal betonen will, was im Hintergrund alles abläuft. Nicht um diese nette Summe klein zu reden, sondern nur um die Illusion zu nehmen, dass das Ganze so einfach zufliegen würde. In den letzten sechs Monaten habe ich im Durchschnitt 625 Euro brutto eingenommen. Davon gehen ca. 200 Euro für Hardware, Equipment, Werbeschaltungen, Software, Bildbearbeitungstools und so weiter weg. Bleiben also 425 Euro pro Monat brutto über. Bei meinem leider sehr hohen Steuersatz entspricht das dann 255 Euro netto ungefähr. Wenn wir nun bedenken, dass ich pro Video im Schnitt 15 Stunden brauche und ja, ist es leider wirklich so viel und ich ein Video pro Woche mache, kommen wir auf einen Stundenlohn von... sage umwogenen 4 Euro netto die Stunde. Klar könnte ich einfach mehr Videos machen, die weniger Aufwand erfordern, wenn ich z.B. 5 Minuten lang die neuen Quartalszahlen in der Firma vorstelle, aber to be honest, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich schaue schon, dass mein Content auch etwas Mehrwert enthält, auch wenn das viel Vorarbeit bedeutet. Wenn euch das Format und die Offenheit gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Dann werde ich euch von Zeit zu Zeit mal wieder ein Update zu diesem Thema geben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Finanzbär.